Fertig. Okay, dann werde ich mal besser mit Paps reden. Ach, wir dürfen uns bewegen. Cool. Äh, ich werde raus. Oder ist das nur ein Fenster? Ich dachte, das... Dann halt nicht. Oh, Paps nicht da, aber ein Speicherpunkt. Der kommt mir gerade sehr gelegen. So. Können wir hier noch irgendwas angucken? Ah, ich laufe hier ständig irgendwo gegen. Na, gehen wir raus. Roshi! Roshi! Hm. Ach ja, hier hat sie auf uns gewartet. Ach, schön. Wo ist eigentlich Paps? Da ist Paps. Der. Da ist ein Lieren. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt wegen dem Gehen. Das ist die Kürst. Du willst. Ich möchte mal, ich habe versucht, dich zu verhörter. Dad, danke. Ich bin zufrieden. Dwarven Bau Nummer 2. Ich bin nie zufrieden. Ich bin nur zufrieden. Ich bin nur zufrieden. Ich bin nur zufrieden mit den Übrigen. Ich bin nur zufrieden. Ich bin nur zufrieden. Ich bin nur zufrieden. Ja, ich bin ein Reihssensicherer. Ich bin ein Reihssensicherer. Ja, ich habe gedacht, du wirst das sagen. Ich nehme das mit dir. Ich habe zusammen ein paar Dinge, die du für deinen Reisen brauchst. Oh, zwei Apfel-Gene. Ich gehe hier auf eine riesige Pubs. Ich gehe auf eine ganz, ganz große Reise. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Wir werden die Welt erneuern. Hier hast du zwei Apfelringe. Hier hast du ein bisschen Haribo. Ah, okay. Ja, gut. Ja, ich bin auch schon leise. Ja, ich bin auch schon leise. Ja, das ist ja. Ach, Ginnis. What are you doing here? Lloyd, you're still here? Genius! Good timing! I got my dad to make Marble's Keycrest. That's great and all. What about seeing Colette off? What? Oops! Go to the village. Now! Yeah! Come on! Come on! Ich denke, die sind weg. Was bringt das denn noch? Lloyd, Phaedra hat noch die gesucht. Phaedra? Okay. Denke ich. Geh mir aus dem Weg. Sag mal Lloyd, ich frage mich schon die ganze Zeit. Hm, was? Wie verdient ihr, du und Dirk eigentlich euren Lebensunterhalt? Lebensunterhalt? Du weißt schon, womit verdient er sein Geld und so? Mein Papst bekommt immer wieder Aufträge, Dinge anzufertigen. Das ist gut verdientes Geld. Wow, ich wusste nicht, dass Dirk berühmt ist. Er sagte, er sei bekannt für seine gute Arbeit. Na, das ist doch schon mal was. Mal gehen wir direkt zu Phaedra. Wir haben uns ja schon ungesehen. Irgendwie bleibe ich ständig irgendwo hängen. Colette sagt, sie würde mittags aufbrechen. Warum hat sie nur... Sie war total aufgekratzt, bevor sie aufgebrochen ist. Sie sagte ihm, wird schon alles gut werden und ich gebe mein Bestes. Ich wette, sie verheimlicht irgendwas. Sie ist immer so, wenn sie Sorgen hat oder etwas verheimlichen will. Vielleicht... Ich wette Phaedra weiß etwas. Komm, noch ein Skid? Noch ein Skid? Wer bist du? Triet. Das Ziel der Auserwählten soll gerade von den Designs überfallen worden sein. Ups. Ich geh nochmal speichern. Ich mag keine Designs. Scheint aber nichts mehr zu kommen. Das heißt, wir gehen mal Phaedra besuchen. Oh, hallo Lloyd. Phaedra, ist Colette wirklich schon abgereist? Ja, in der Tat. Hat sie mir die falsche Uhrzeit gegeben? Ich denke, das ist offensichtlich. Colette hat mich gebeten, dir diesen Brief zu geben. Warum? Weil Reign ist in Ordnung, er wird. Was soll denn das? Das hört sich ja fast wie ein Testament an. Ja, so könnte man es nennen. Das sagst du so entspannt? Wie meinst du das? Lloyd. Genis. Da ist etwas, das wir für euch und den anderen im Dorf geheim gehalten haben. Colette. Nein, die Auserwählte. Ist bereits... Wow. Was war denn das? Irgendwie Stimmen vertauscht. Ähm. Alles in Ordnung? Komm, ich heile euch. Cool. Seid vorsichtig. Ach, das war Phaedra. Und Frank? Achso, nee, das war Frank. Okay. Ich geh mal hoch. Ach, ich kann tatsächlich hochgehen? Ist ja cool. Was? Ob es unter diesen Büchern wohl welche gibt, in denen etwas über die Erneuerung der Welt steht? Wie wäre es denn mit dem? Die Lehren von Martell. Zeig mal. Kapitel 1. Die Gründung der Kirche von Martell. Ach, Scheiß auf den Kampf draußen. Wir werden erstmal was über Priesterinnen Barbie lesen. Jede ernstzunehmende Abhandlung über die Kirche muss sich zunächst mit der Erneuerung der Welt auseinandersetzen. Möglicherweise ist der Leser bereits mit den Legenden vertraut. Einst wuchs in der Mitte der Welt ein Baum, der Früchte aus Mana trug. Der Weltenbaum. Doch die Flammen des Krieges... Seid nochmal. Yggdrasil. Yggdrasil. Der Weltenbaum. Die gehen aber ganz schön in die nordische Mythologie, hä? Doch die Flammen des Krieges ließen den Baum verdorren. Und erst das freiwillig hingegebene Leben eines Helden ließ neues Mana entstehen. Ergriffen und von diesem Opfer zutiefst erschüttert, zog sich die Göttin in ihr himmlisches Reich zurück. Ein Engel überbrachte der Welt die Nachricht. Wenn ich zu lange schlafe, wird die gesamte Schöpfung zerfallen. Ihr müsst mich wecken. Der Engel gebar die Außerwelte. Diese suchte den Turm zum Himmel. Und der Kreislauf der Erneuerung nahm seinen Anfang. So beginnt die anerkannteste Legende zu den Ursprüngen des Rituals. Und die Musik ist grad... Sehr passend. Hm, das hör ich zum ersten Mal. Ist das dein Ernst, Lloyd? Das haben wir doch am Morgen des Tags der Prophezeiung gelernt. Also gestern. Du Dummdödel. Na gut, dann hör ich es zum zweiten Mal. Meine arme Schwester, du Dummdödel. Dass sie dich ertragen muss, du Spacko. Na komm, gehen wir mal raus. Ähm, brennt es? Wir speichern! Äh. Schiete! Aber das wurde doch grad erst geputzt. Ach. Der Mann mit der Dildo Hand. Ich geh nach da. Ich geh raus. Gott, hier brennt ja alles. Kein Schritt weiter. Ey. Leute, wir müssen ihn retten. Ich bin dabei. Stopp! Okay. Ja, genau. Schütz dich vor Genus. Aua. Demon Fack. Cool. Hit und tot. Das ist so süß. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Danke, ihr habt mich gerettet. Ich hätte das allein nicht geschafft. Sind alle im Schulgebäude? Nein, es sind noch ein paar Leute auf dem Dorfplatz. Leute, gehen wir sie retten. Ja. Moment. Hier, ich möchte mich bei euch bedanken. Bitte nehmt. Uh, danke vielmals. Bitte, helft den anderen. Ich versuch's. Verdammte Designs. Warum tun sie nur so grausam mit Dingen? Wir müssen jetzt unbedingt alle in Sicherheit bringen und diese Typen zurückdringen. Yeah. Huch. Nein. Und unser Haus. Verdammte Designs. Das ist ja schrecklich. Was soll ich bloß Rain sagen, wenn sie zurückkommt? Dabei sah es doch aus, als könnten wir hier endlich ein Zuhause finden. Also sind die noch nicht so lange hier? Hä? Was hast du gesagt? Nichts beeilen wir uns und vertreiben die Designs. Wurden sie schon mal von irgendwo vertrieben? Ja, wir werden sie nicht noch weiteren Schaden anrichten lassen. Mysteriös. Woher kennen die unsere Namen? Woher kennen die unsere Namen? Woher kennen die unsere Namen? Okay. Woher kennen die unsere Namen? Das war mal von einem Schaden. Was ist das? Okay. 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 Der lacht sehr, sehr herrlich. Und B. Wer ist denn sie? Nein, das hilft jetzt auch nicht mehr. Ähm, ähm, was ist das für eine Wassermelone? Was ist das für eine Wassermelone? Au. Au. X4. X4. Wassermelone. Wassermelonen-Kampf. Bitte, was ist das? Expelur? Was ist denn ein Expelur? Aua. 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 Bud Spencer Gedächtnisschelle. Aua. Aua. Bud Spencer Gedächtnisschelle. Aua. Aua. So, dass ich mich auch einfach blöd anstelle. Ich glaube, wir können auch gar keine Apfelgele mehr aufnehmen, deswegen benutze ich mal welche. Aua. Aber ich glaube, wir werden die bald schon bitter nötig haben, so blöd wie ich mich anstelle. Aua. Okay, nicht hochspringen. Hochspringen ist eine blöde Idee. Hops. Na komm. Au. Was zum Teufel war das? Bitte. Was zum Teufel. Aua. Oh, ich weiß nicht. Sollen wir das mal ausprobieren mit Mysteri... Komm. Was? Noch so... Wie? So nie war. Alter, ich... Ich stelle mich echt blöd an. Ah. Ich dachte, ich hätte... Ich dachte, ich hätte den... Oh, cool. Ich habe herausgefunden, wie ich nicht ganz weit weg fliege. Indem ich die Verteidigentaste drücke... Was? Was? Wann bin ich denn gestorben? Bitte! So nicht dein Ernst! So nicht dein Ernst! Oh Gott sei Dank! Oh Gott sei Dank! Komm, ich koche mal. Oh, das hilft Genes aber gar nicht. Ich kenne mich. Ich kenne ihn aus. Ach so. Oh. Oh! Oh. Oh! 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 Geh weg, Genus, Lloyd! Was war die Musik? Es war so wie Marble. Es kann nicht sein! Geh weg! Hurry! Genus, du bist für mich ein Großartiger. Danke. Oh no. Scheiße! Ich glaube das hilft denen nicht. Oh. Was hat der denn rechtes Leben für... Was ist das? Was ist das denn bitte für ein grün weißer Hut und die Brille dazu? Oh. 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 Ich meine, du wohnst doch eh nicht im Dorf. Ich meine, Lloyd wohnt doch eh nicht im Dorf, also kann es ihm doch egal sein, oder nicht? Oh. Was sagst du? Verstehst du, wie viele Menschen hier sterben wegen ihm? Es ist nicht Lloyd's fault. Ich bin derjenige, der ihn nach dem Dorf, also ist es meine fault. Aber es ist Lloyd, die Designs nachher. Und besides, Lloyd ist nicht von diesem Dorf zu Beginn. Er ist ein Outsider, von einem Dwarf. Dann bin ich, auch. Ich bin nur so schuldig wie er ist. Genus. Hm? Bei ihnen. Bei den Recht bestätigen in mir als Mayor, ich hierbei anunniere die Verbreitung von Lloyd und Genus aus dem Dorf von Isserien. Geh raus! Er ist weg. Ich bin sorry für dich verletzt. Wenn du so fühlst, in der Lage bist, bitte, auf die Verbreitung und sie schützt. Wenn du so schützt, der Welt ist sicher, sicherlich alle, werden ihre Gedanken über dich verletzt. Ich bin sicher, dass Colette das auch will. Ja. Ich werde für was ich getan habe. Ich versuche, zu schützen Colette, für diejenigen, die sterben wegen mir. Ich werde dich folgen, Lloyd. Es ist meine Schuld, und ich werde dich verletzt. Ich werde dich immer bei dir bleiben. Oh. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl.